Und es soll jetzt überhaupt nicht so ein Biomarkt-Bashing werden oder so, aber es stimmt, die Qualität dort ist top. Das Service halt leider oft. Nope. Die Leute, die im Biomarkt arbeiten, wissen ja, dass die Leute, die bei ihnen einkaufen, sich bevor sie sich beschweren, dreimal lieber selber die Schule geben. Und natürlich, wenn du dort arbeitest, durchschaust du das irgendwann. Natürlich nutzt du das aus. Ich würde es auch machen. Natürlich kassieren die mit einer tiefen Entspannung, dass ein tibetischen Mönch hinein das Bläser ins Gesicht steigt. Natürlich lesen die einen Strichcode ab mit einer Geschwindigkeit. Ich habe noch nie, wenn sie so langsam einen Strichcode ablesen gesehen. Muss ich schnell gewesen sein, dann muss ich nochmal. Und wir gestressten Wiener Bobos, nicht? Könnt ihr uns eh stehen und davor sagen, toll. Im Biomarkt schreien die Leute eine zweite Kasse bitte, die sagen, ja. Macht die erste auch noch zu. Pausen sind sowas irrsinnig Wichtiges.